Eigentlich können wir jetzt aufhören. So ist alles andere auch gewesen. Ich habe immer geschwänzt und mein Ding gemacht. Ich hatte eigentlich überhaupt keine Ahnung, was ich machen kann. Ich habe irgendwann mit 14 zu meiner Mutter gesagt, ich möchte auf keinen Fall so eine Arbeit machen wie du, dass ich den ganzen Tag arbeiten muss. Ich möchte mir aussuchen. Was ist das für eine Arbeit? Was kann man da machen? Meine Mutter, naja, vielleicht im Modeinstitut. Die hatte auch keine Ahnung und hat mir diesen Tipp gegeben. Und seitdem hatte ich so den im Kopf Mode. Und auf diesem Weg nach Mode, Mode, Kostüm, wollte ich eigentlich Tischler werden an einer komischen Oper, weil es die einzige, also Theater musste sein, Theater, Oper, irgend sowas. Und dann wollte ich Tischlerin lernen an einer komischen Oper, weil es da eine Lehrstelle gab und die war aber schon besetzt. Und dann haben sie gesagt, na, werde doch Schuhmacher. Und ich, oh nee, ich bin Schuhmacher. Und dann habe ich es doch gemacht. Das war natürlich toll, weil ich da mit, ja, in meinem Lehrjahr mit noch einer anderen Person gelernt habe, nämlich mit der Sängerin, die auch wirklich mit 16 schon Sängerin war, Pascal von Wroblewski. Wir haben da einfach zusammen echt eine lustige Zeit gehabt. Und ich habe natürlich viel gelernt über Theater und also weit über das Handwerk hinaus. Das Handwerk habe ich nicht so gut gelernt, glaube ich. Und da hat sich ja nicht nur durch diese Lehre, vor allen Dingen auch durch den Kontakt zu Pascal, die wiederum, deren Eltern die erste Privatgalerie hatten in der Dunkerstraße. Und da habe ich einfach sofort vom ersten Tag an bin ich in so ein Untergrundleben eingetaucht und in so ein Stadtleben mit 16 und habe wahnsinnig viele Leute kennengelernt. Und das ist dann auch so geblieben viele, viele Jahre lang. Ich habe dann später wirklich Mode gemacht, habe dann eben danach ein Studium angefangen als Erzeugt, also Ingenieurin für Erzeugnisgestaltung. Könnte man auch mit Design bezeichnen, aber das hat der Ostler irgendwie anders bezeichnen wollen. So wie Hotdog, nicht Hotdog hieß, sondern Kettwurst. So hieß eben Design auch unter anderem Ingenieur für Erzeugnisgestaltung. Deswegen habe ich das studiert und es war ganz langweilig und doof, weil nicht gut und habe danach in einem Schuhbetrieb gearbeitet. Dann habe ich beschlossen, erst mal ein Kind zu kriegen und das wollte ich nicht in die Krippe bringen und bin dann, habe dann total aufgehört zu arbeiten und bin, wie man so schön sagte, damals asozial geworden, also nicht arbeitend. Und habe dann diese ganze Modekiste gemacht, also habe mich mit Mode tatsächlich beschäftigt und das auch viele Jahre gemacht dann. Da gab es andere, die konnten das viel besser als ich. Die Leute von Schick, Charmant und Dauerhaft, CCD, was dann später allerlei Rauwurde, die waren richtig gut. Und ich bin dann schon sehr früh ausgestiegen und habe was mit Text machen wollen und bin dann zum Theater gegangen. Als ich angefangen habe, Filme zu produzieren, habe ich nur mit den besten Leuten gearbeitet. Also ich habe jetzt nicht irgendwie was gemacht. Ich selber war absolut Autodidakt und Amateur, aber ich habe mich nur mit Profis umgeben und mit Leuten, die wirklich richtig Ahnung hatten. Also ich bin quasi die Einzige gewesen, also der einzige Amateur in meinem Betrieb war ich selber. Ich war schon von Anfang an ziemlich sicher in meinen Entscheidungen, immer schon. Aber da wusste ich nicht, dass ich wirklich ein gutes Gefühl dafür habe, für bestimmte Dinge, für Rhythmus, für Bilder überhaupt. Aber es hängt ja damit zusammen, dass ich 20 Jahre Theater gemacht habe, dass ich viel mit Schauspielern wirklich eng gearbeitet habe. Also Kostüm, Szenenbild, auch für Filme und alles, was im Raum passiert. Also meine Bühnenbilder waren immer schon ein bisschen wie Filme, wurde mir früher schon gesagt. Ich hätte das damals gar nicht, als ich angefangen habe mit Filmen, hätte ich gar nicht gedacht, wie viel mir das nützt und was ich da gelernt habe. Aber ich hatte schon, als ich angefangen habe, weiß ich heute ganz schön viel im Gepäck. Und heute würde ich schon denken, dass ich eine ganz solide Fachkraft bin, quasi Ingenieurin für Filmgestaltung. Ernsthaft Film zu machen heißt, Partner zu finden, die das, was dich interessiert, auch gut finden. Ich mache ja nichts für meine Partner, ich lasse mir nicht vom Fernsehsender sagen oder von irgendwem, mach mal einen Film darüber. Das gibt es auch, Auftragsproduktionen, also was mache ich nicht. Ich habe meine Ideen und meine Stoffe und ich möchte von denen, die Geld haben, das Geld haben. Ich habe auch die alte chinesische Weisheit mir zu eigen gemacht, also bevor ich sie kannte oder bevor ich die Worte kannte, siegen ohne zu kämpfen. Ja, also ich bin jetzt kein Mensch, der im Krieg, also der wirklich kämpft, sondern ich will trotzdem, will siegen. Und siegen heißt für mich nicht du tot, ich lebendig, sondern siegen heißt für mich, dass die Sachen, dass alle, also alle Beteiligten aus einem Konflikt oder aus einem Krieg rausgehen mit dem Gefühl, dass man gemeinsam gewonnen hat. Und wenn ich einen Film über etwas mache, was eventuell mal im Osten stattgefunden hat oder mich bewegt hat und es sind immer persönliche Filme, die ich mache, immer subjektive, dann komme ich in eine Osterzählerrolle vielleicht. Und was die anderen aus mir machen, ist mir total stulle, das ist mir egal. Und mich selbst sehe ich aber gar nicht als Osterzähler, sondern als, auch wenn irgendjemand sagt, ich bin Kommunistin und ich bin das und das, sollen sie machen. Aber ich selber sehe mich eigentlich als jemand, der versucht, jüngere deutsch-deutsche Geschichte sinnlich zu erzählen. Eben nicht Geschichtsbuch an Jahreszahlen abzuhandeln und Ereignissen, sondern immer geknüpft an persönliche Geschichten, die automatisch subjektiv sind. Und in jedem meiner Filme gibt es mindestens eine Liebesgeschichte. Ich versuche wirklich dahin zu gucken, wo das Leben pulsiert sozusagen. Und wenn ich Filme mache über jemanden, der meinetwegen mal IM gewesen ist, dann wird man viel erfahren über denjenigen, weil es mich einfach interessiert, wie sich das angefühlt hat, wie sich das gelebt und auch geliebt hat. Und ich glaube, dass man ganz viel darüber auch an Geschichtswissen erfährt, wenn man das akribisch macht. Und als ich angefangen habe zu produzieren, habe ich das ja gemacht, weil ich die Filme, die es gab, total ätzend fand. Ich habe ja nicht freiwillig angefangen, Filme zu machen. Ich habe mich ja gezwungen gesehen, weil es die Filme, die ich hätte sehen wollen, nicht gab. Es geht jetzt nicht um Osten oder sowas, sondern es geht um deutsch-deutsche Nachkriegsgeschichte. Dazu gehört der Osten und dazu gehört auch die Geschichte von Rainer Werner Fassbinder. Und es gibt natürlich viele Filme in kürzeren Formaten, aber einen Kinofilm gab es wirklich bis zu seinem 70. Geburtstag noch nicht. Für mich komplett unverständlich, also mache ich den. Ich habe mich der Wahrhaftigkeit verschrieben und nicht der geilen Story. Und meistens ist es so, dass, wenn man wahrhaftig erzählt, die Story noch viel geiler ist, als man denkt. Man muss sich das nicht ausdenken. Das ist so unfassbar. Alles in allen Geschichten, was passiert, wenn man es wissen will, wenn man neugierig ist, wenn man sich dafür interessiert, was wirklich passiert ist. Und natürlich erzähle ich meine Sicht immer. Es ist natürlich immer ein subjektiver Blick. Nie was Objektives. Ich mache auch keine Themen, sondern ich will was verstehen. Und da bin ich nicht offen, sondern ich will einfach verstehen, was da ist. Ich will es wirklich selber verstehen. Also ich würde nie einen Film machen über etwas, was ich schon weiß. Würde mich langweilen. Das gibt es ja auch. Und dann kann man sicher sagen, ich mache den Film und dann ist es so. Und dann mache ich ihn fertig und dann ist es fertig und dann ist es gut. Ich weiß es nie. Ich würde ja nie einen Film machen über irgendwas, was ich weiß. Ich bin ja keine Filmemacherin in dem Sinne und kein Journalist. Sondern ich will ja was wissen und ich stelle die Fragen. Und ich interviewe auch niemanden, sondern eigentlich, also selten gibt es sowas wirklich wie ein Interview. Sondern meistens ist es so, dass ich mit Leuten irgendwie ein Stück Weg gehe und dann auch mal eine dämliche Frage zwischendurch stelle. Ich habe ja nie Film studiert und mir konnte niemand sagen, lass den ausreden, quatsch nicht rein. Ich quatsch ja auch immer rein. Also das habe ich ja nicht gelernt. Ich mache das so, wie ich das mache. Also das ist erst mal einfach so passiert und dann lasse ich es einfach weiter so passieren. Ich werde es immer so machen. Was mir in dem Moment einfällt und es sind oft dämliche Fragen und es ist immer wieder erstaunlich, was dann auf so eine... Also, aber ich bin so. Das ist jetzt nicht... Ich denke mir jetzt eine richtig dämliche Frage auswendig bei Vaterlandsverräter. Frage, wenn die Protagonistin sagt, dass sie Bahnen schwimmend im Freibad Pankow mit Sascha Andersen über seine Texte geredet habe und dann frage, was hatten sie für einen Badeanzug an. Dann will ich wissen, was ich für einen Badeanzug an hatte. Das interessiert mich einfach. Und dann sagt sie, schwarz. Ich trage immer schwarz. Aber eigentlich zeigt man ja beim ersten Gespräch mit dem Autor nicht so seine Körperskultur. Und dann entsteht ein gewisser Witz. Es entsteht aber auch eine Vorstellung. Man kann sich das vorstellen. Man kann sich viel besser vorstellen, als wenn ich jetzt immer nur danach frage, warum hat sie denn diesen Autor ausgesucht und hat sie sich nicht vorstellen können, dass er auch bei der Stasi und so weiter... Das ist viel interessanter, viel sinnlicher. Und mich interessiert es auch wirklich. Oder wenn die Stasi-Unterlagenbehördenfrau mir die Akten von Paul Gratzig zeigt und dann, da ist er als junger Mann zu sehen, sieht wahnsinnig gut aus. Und dann fragt die, uns sieht der gut aus? Und dann sagt die, ich bin jetzt hier nicht dafür da, zu sagen, wie jemand aussieht. Also ich bin doch jetzt hier von der Behörde unten. Und dann sage ich, uns sieht der gut aus oder nicht? Und naja, sieht schon gut aus. Und da entsteht, weil ich will ja erzählen, dass es ein unglaublich gut aussehender, die Stasi-Leute sind ja immer Menschen, die mit Anorak scheiße aussehen und durch ein Schlüsselloch gucken. Aber das sind attraktive, interessante, charismatische Personen sind. Wie soll ich denn das erzählen, wenn ich nicht so eine dämliche Frage stelle? Dass selbst die Stasi-Unterlagenbehördenbeamtin den schick findet, wie er früher aussah. Und da kann man sich doch vorstellen, dass Leute auf so jemanden reinfallen. Das kann man sich aber nur vorstellen, wenn man irgendwie auch damit umgeht. Und mir geht es eigentlich, das sind die dämlichen Fragen, aber die haben schon auch einen Grund und einen Sinn. Nämlich, dass man ein Gespür bekommt für etwas. Was hinter dem, was Geschichtsbücher aufschreiben können, das ist eben das, was Filmen kann. Der Film kann was anderes, kann mehr, nämlich so ein Gespür und ein Gefühl, Gefühle in den Menschen auslösen tatsächlich. Und man kann verstehen, warum so ein Paul Gratzig, weil er so gut aussah, sich da so durchgeschlingelt hat. Es gibt immer wieder Leute, zum Beispiel auch bei dem Film Andersen, die sagen, ja, warum sind die sich denn nie begegnet, Sascha Andersen und die anderen, seine Opfer sozusagen. Und dann habe ich gesagt, weil die sich nicht begegnet sind. Das ist der Kern des Filmes, ist, dass sie sich nicht begegnen, dass sie nicht miteinander sprechen. Also, das stimmt nicht, dass sie nicht miteinander sprechen, aber da bin ich nur zufällig mit der Kamera nicht dabei. Und ich werde aber auch das nicht extra forcieren. Ich bin nicht das Schicksal. Ich mache nur einen Film. Und ich versuche daran teilzunehmen bei dem, was passiert. Und wenn es nicht passiert, werde ich es nicht herstellen. Ich werde es nicht inszenieren. In erster Linie schreibe ich natürlich die Drehbücher und die Recherchesachen auf und die Texte. Das ist sehr aufwendig. Also, da kann man schon viel Zeit mit verbringen. Aber ich würde auch gerne mal ein Buch schreiben. Also, nicht mal ein Buch, sondern ein bestimmtes Buch schreiben, eine bestimmte Geschichte. Aber das schaffe ich nicht. Ich finde, Filme machen auch ganz schön. Also, im Moment kommt da noch gar nichts drüber. Also, im Moment kommt da noch gar nichts drüber.